recht herzlich willkommen zur 60 folge von stella ist ja wenn jetzt mal die werft aufgebaut beziehungsweise haben die aufträge gemacht dass das aufgebaut wird da warten wir dann ab wir haben keine was noch eigentlich mehr weil da oben ist null und null und das kann nicht mehr viel sein bilanz ist noch negativ aber auch nur ganz knapp unruhen sind immer noch da und system ist nicht mit sektor verbunden system ist nicht mit sektor verbunden verstehe ich jetzt nicht ne neuer sektor ist doof das wollten wir auch gar nicht ist das das hier tschuldigung sektor verbunden warte mal nochmal sinatolun demis prime sektor das hier unten ist der demis prime sektor jetzt ist jetzt ist fehlgeschlagen naja ist egal der geht noch dazu okay da habe ich da jetzt nicht aufgepasst aber ist also so noch mal in die sektoren dann rein ich den dann nehmen wir den anderen das ist dann der obere sektor aber da sind schon alle da passen bei ne oder okay die blauen sind schon dann drunter rot weiß ich nicht okay das sind dann den würden die nicht mehr drin sein wenn man das wegnimmt alles klar ja okay dann ist das soweit abgeschlossen kann man schließen hier geht es voran also wir können mal die pause ausnehmen inaktive gebäude wo ist das okay da war er jetzt darum heiert flotte entdeckt die ist da entdeckt worden ok ok nicht angriff versprechen flotte entdeckt das ist halt da wir sind dort überall entdeckt na können wir jetzt hier nichts machen gerade das liegt daran dass wir mit denen ja auch noch im streit irgendwie sind und das sind hier unten die aber ich habe jetzt auch keine möglichkeiten irgendwelche schiffe hier ja wohin zu schicken sind zwar ein paar da aber zerstörer korvetten korvetter korvetten ok wie sieht das hier aus aber könnten er kann man nicht also die 100 hätten mal bei uns fehlen die 270 was ist das denn hier zeit doch wieso geht das dann nicht stufe 3 wahrscheinlich also ach wir bauen da schon was alles klar handelsangebot kommt zack machen wir so dann geht zu lösen verlegen voraus fliegen abbrechen so jetzt haben wir die und weiß ich auch nicht lass die mal jetzt da stehen das bringt ja jetzt nichts die durch die gegend zu schieben ja lass mal so da kommt plus rein da kommt plus rein wir sind gerade positiv unterwegs keine ahnung warum wieso und weshalb aber ist so da freuen sich natürlich die leute drüber dann hören auch die unruhen auf ja gut hier ist eine unwirtliche welt könnten wir sogar kolonisieren noch mal gucken da und da ist so was und da ist so was dann aber hier noch einer wo die sogar größer tendenziell würde ich sogar diese bevorzugen dann haben wir noch woanders was hier ist noch was ist aber auch nicht der wert die wir uns da vorstellen da sind wohl zu weit weg für gut hier wäre auch noch eine welt geht aber auch nicht weil wir nicht noch haben gut dann da ist auch noch eine direkt am rand fehlt es auch noch dran wäre auch essen bei das könnte man weg machen wo es nicht was brauchen wir dafür 169 12 fehlen okay das dauert noch relativ lange sowas den oder den dann den und zack und nehmen wir von hier oder und wo fliegen wir hin denke da ne oder aber das geht nicht weil hier nicht genug ist das geht insgesamt nicht uns fehlen da die einheiten her 152 geht also nicht sondern im moment warten bis das da oben wächst gut ja hier sind 26 prozent jetzt wäre die frage was machst du mit der flotte oder ist schon was fertig und hier immer die unabhängigkeit ok das ist jetzt nichts möglich gerade jetzt habe ich glaube abgebrochen ich hält das war das ne naja ist dann auch egal warum machen wir danach zerstört geht dann nicht kann man nicht genug rohstoffe wenn da wieder welche nicht so doll konstruktionschef volant klasse zerstörer was kommen denn da bauen dann steht da auch ich habe sie da ausgemacht toll oder nicht da drauf klicken so jetzt ist gut 229 haben wir aber gleich dann brauchen wir noch einen zerstörer nächste erste kommt bestimmt jetzt ja und ging dann auch dann haben wir das auch in auftrag gegeben übersicht kriegen wieder neutrale flotten zum forschungsschiff flotte entdeckt die sind reichlich ne schlachtschiffe gibt es auch kreuzer und dann haben wir nichts zu sagen sozusagen hier sind drei tera und demis sind verloren nach für immer ja mal gucken wie das besser wird ne den wollten wir nicht wir wollten denn den und der fährt hier immer noch mal zerstörer noch gebaut haben naja müssen wir das abwarten keine ahnung wie lange wir dafür wieder brauchen aber wir können das hier beschleunigen ne 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 da war falsch hier haben wir wieder eine flotte entdeckt und wieder schlachtschiffe und so reichlich weg ist es jetzt läuft schneller aber wirklich schneller merkt man nicht oder naja da unten sind die bösen kommen noch mehr böse das wollen die alle hier und dann sind sie wieder weg oder wie sehe ich das ok ok ja können wir jetzt gerade nichts machen so hier läuft der bau halt von unserer werft raumhafen ist ja auch fertig dann können wir irgendwas besseres bauen was da aufrückt aber nichts passiert hier oder zerstörer korvette ne mehr geht nicht das bedeutet auch dass wir irgendwo anders noch was machen müssen forschungsmäßig geht es auch bald zu ende ok ok was war das jetzt für ein knallbäusch ja sind die ok keine ahnung wo die alle herkommen so viele greifen gerade alle das system hier an ne ok vulkanis prime wollen die dann was von wissen raumhafen kann man da bauen ja ja was willst du machen kannst nichts machen ne armeen da also auch nichts wichtig rekrutieren da können wir aber auch nichts machen mehr denke ich gut da haben wir noch ein paar letzte schreie bis da was passiert ne wo haben vorab wo haben abgeschlossen ok ich glaube da sehen wir aber nicht was da besser geworden ist korvetten werft bauen wir dann gucken was da durch wird vielleicht ändert sich daher noch was zerstörer werft geht dann auch aber dafür brauchen wir erst die 300 punkte das erledigt ok das ist auch ok und unabhängigkeit garantiert so jetzt brauchen wir eine pause das system ist nicht mit sektor verbunden nur einmal die sektor karte erstmal aufrufen da ist das nicht das ist keine ahnung wo es ist ist das hier ne ja gute frage ne ah das ist es ok der zusammen na dann machen wir auch nichts gegen momentan niederlage können wir auch nicht ändern technologie erforscht neue forschung das können dann abbauen johann kistelle ok roboter kann man da bauen wir nehmen mal neue gebäude das kraftwerk dauert nicht so lange deswegen nehmen wir das mal das ist auch bald fertig dann gut sind wir somit erstmal mit durch und war das hier ne wo wollte ich hin Sektorkarte das wäre hier das wäre hier und das ist der ok das ist noch im Sektor und da geht sonst nix ja ist halt so gut müssen wir gucken ob die kommen aber nicht zusammen das ist ja was anderes ok ja dann dankeschön fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid und bis dann tschüss